Ich schreibe und da verstecken sich tausend Dinge drin, von denen ich gar nicht weiß, die sich da reinschleichen aus meiner Biografie. Ich sage mir, das ist das Werkzeug. Alles, was ich erlebt habe, wer ich bin, das ist mein Werkzeug. Aber die Geschichte kommt von außen. Und da habe ich meine Antennen aufgestellt. Okay, sie ist hängen geblieben, sie ist zu mir gekommen. Ich habe sie gefunden. So, und dadurch, die reise ich jetzt mit den anderen. Und dadurch gehört die uns allen in dem Moment. Als ich Cornelia Funke begegne, steht eine durch und durch beeindruckende Frau vor mir. Sie sagt von sich selbst, sie sei keine Schriftstellerin, sondern Geschichtenerzählerin, nicht irgendeine. Mit ihren Geschichten erreicht sie international Millionen Menschen, die leidenschaftlich ihren Charakteren und deren Abenteuern folgen. Wer mit ihr spricht, merkt schnell diese faszinierenden Welten, die sie ihren Leserinnen und Lesern durch ihre Bücher eröffnet, bewohnt sie tagtäglich selbst. Eine suchende, fragende und neugierige Geschichtenerzählerin. Seid dabei, wenn ich Cornelia Funke treffe. Ja, mein Lieber, ich werde dir viel lieber lebendig begegnet. Herzlich willkommen bei Das Buch meines Lebens. Mein Name ist Tiago Damarinic. Ich bin Autorin und Host dieser Sendung und freue mich, mit meinem Gast jetzt eine Stunde lang über Bücher, das Leben und die Welt zu sprechen. Und ich habe einen ganz besonderen Gast hier, eine Frau, die sich in viele Köpfe geschrieben hat, in viele junge Köpfe, in viele Menschen, die ihre Figuren nicht vergessen können. Wir hatten auch in der Sendung Gäste, die die Bücher schon dabei haben. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Cornelia Funke. Ich danke dir sehr für die Einladung, Jago Da. Ja, ich freue mich wirklich unglaublich, weil es gibt so viele Menschen, die deine Bücher als Bücher ihres Lebens sehen und mit deinen Figuren im Kopf erwachsen werden oder im Erwachsenensein Kraft ziehen. Und jetzt bin ich gespannt, welche Bücher du, denn bist bestimmt auch eine große Leserin. Wenn man das Volumen deiner Bücher vor Augen hat, ist da jemand mit einem großen Fantasievermögen. Wie wichtig war dir denn lesen? Oder wann war es dir so wichtig? Das war mir eigentlich von Anfang an sehr wichtig, weil ich immer das Gefühl hatte, die Welt ist so klein um mich rum. Ich bin ja in einer kleinen Stadt aufgewachsen und da hatte man so das Gefühl, man wohnte in einer Streichholzschachtel und die Bücher waren die Fenster und die Türen. Und meine Besuche in der Stadtbücherei mit meinem Vater gehören immer noch zu meinen schönsten Erlebnissen. Ja, das ist schon eher so. Als Kind diese Treppen in der Stadtbücherei. Bei uns war es Treppen richtig. Bei mir war es eine Wendeltreppe. Das fand ich ja noch viel exotischer. Ja, ich denke, ich hatte die Büchereien sofort an Treppen. Und dann gab es diese Hefte früher. Ja, mit dem Stempel. Ich habe dann die Frau mal gefragt, ob ich ein Heft haben darf für zu Hause. Ich wollte auch diese Ordnung haben, die die haben, diese Büchereien. Und dann sozusagen das erste Buch, wo du sagst, du hast verstanden, welche Welten dir Lesen öffnen kann. Ist es auch eines deiner Lebensbücher oder war das nochmal ein ganz anderes? Ich glaube, das waren vielleicht sogar noch andere. Das waren die Narnia-Bücher, das waren auch Bilderbücher teilweise. Ich erinnere mich an Käpt'n Bommel und die Seeschlange und so etwas, wo man plötzlich merkt, oh Gott, das sind ja ganze Reisen und ganze Welten, die man da einfach mit sich nehmen kann. Aber ich würde sagen, von denen, die da jetzt liegen, ist das erste dann Die Brüder Löwenherz, mein Lieblingsbuch von Astrid Lindgren. Und ich glaube, die Astrid ist auch eigentlich immer so für mich ein großes Vorbild, einfach als Frau gewesen, als Mensch, dass sie sich gegen Sachen gewehrt hat, dass sie auch die Verantwortung einer Geschichtenerzählerin immer sehr gesehen hat. Ich glaube, das hat mich mehr beeinflusst, als ich das lange Jahre wusste. Und dieses Buch war dann trotzdem eins deiner Lieblingsbücher von ihr? Das war und ist immer noch mein Lieblingsbuch, weil sie ja darin so mutig ist, über Kinder, die sterben, zu schreiben. Ich glaube, das hat mir damals beigebracht, dass Geschichten von allen Dingen handeln können, von den dunkelsten Dingen, vielleicht das sogar sollen, vom Leben, vom Tod, davon, dass man sich wehren muss vom Bösen, was bei Astrid Lindgren auch immer ganz beeindruckend ist. Und ihr wurde ja damals vorgeworfen bei diesem Buch, dass sie Kinder zum Selbstmord verführt. Und sie hat das auch immer für ihr wichtigstes Buch gehalten, soweit ich weiß. Und wie alt warst du, als du es gelesen hast? Gute Frage, da bin ich jetzt viel zu alt, um mich zu erinnern. Aber ich nehme mal an, ich war schon so zwölf, dreizehn fast, also schon so auf der Schwelle. Denn erst bin ich natürlich durch Pippi, Bullerbü und so weiter, bis ich dann die Löwenherzbrüder gefunden habe. Und wie würdest du sagen, war das Sterben als Thema, wenn du so jung warst, in dem Buch, für dich dann nicht bedrohlich? Oder gab es, man könnte es auch, irgendeinen Kaschen vom Dach, also irgendwas, oder das Sterben nicht so. Oder das Fliegen, aber das spielt auch sehr an. Bei mir ist es so, ich habe ja noch nie Angst vor dem Tod gehabt. Das sagt sich immer so leicht, aber das ist bei mir einfach so. Ich fand immer, der Tod ist eine andere Tür und durch die geht man irgendwann. Ich bin sehr beruhigt, dass ich irgendwann las, dass Jane Goodall das ähnlich sieht. Da habe ich meine Eltern schon immer mit wahnsinnig gemacht, dass ich gesagt habe, na, das ist ein nächstes Abenteuer. Plötzlich war da jemand, der das in Worte passte. Ich glaube, das war für mich eine ganz aufregende Entdeckung, dass da offenbar jemand noch solche verrückten Gedanken hat wie ich. Und bei der Astrid ist es ja so, die sterben ja sogar mehrmals und kommen immer wieder woanders hin. Und ich liebe es, dass sie immer an Orte kommen, wo erst alles so wunderschön erscheint, dass man denkt, na gut, das ist so die Idee vom Paradies. Bis man merkt, da ist immer eine Schlange, da ist immer was Böses und man muss sich immer wieder bewähren. Und dann geht es wieder in den Tod und dann muss man nochmal die Gestalt wechseln. Das ist das, wie ich selber das Leben auch sehe. Also Phasen, in denen du Dinge auch wirklich sterben lässt und dann in einer neuen Welt bist und die neu entdeckst. Ja, und ich glaube auch immer, dass wir ganz viele Runden drehen und immer wieder so, um mal in einem modernen Bild das zu sagen, wie Legosteine immer wieder neu zusammengebaut werden und immer wieder andere Gestalten annehmen. Und es gibt ja diesen schönen Satz, wir sind alle Sternenstaub und das ist ein Verhalt. Und wenn du so sagst, dass eine Tür durch jemanden geht und wenn das für dich auch so eine Metapher fürs Leben ist, ist es dann so, dass du immer merkst, dass du durch die Tür gehst? Oder ist es manchmal auch so, dass du erst in der neuen Welt merkst, ich bin gerade durch eine Tür gegangen und habe was hinter mir gelassen? Das ist eine ganz interessante Frage. Ich glaube, ich merke das immer, aber ich tue es sehr selbstverständlich. Also ich bin da jemand, der immer wieder nach den Türen sucht und der aber auch nicht Angst hat, nicht zurückgehen zu können. Du hast keine Angst, nicht zurückgehen zu können? Nö. Also ich glaube immer eher, ich gehe immer voraus, also ich gehe immer vorwärts. Dadurch denke ich auch nicht viel über das rückwärts nach. Also ab in die nächste Tür, oh, da sind ja schon wieder welche, oh, da ist ja schon wieder eine neue Tür. Das heißt, ich glaube, ich bin eher so von der Richtung her vorwärts. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Buch bleiben, bin ich mir schon ziemlich sicher, dass ich das Buch dann irgendwann wieder verlasse und dann wieder da bin, wo ich hergekommen bin. Bei Tod ist das natürlich eine andere Sache. Ja? Ja. Und du hast ja auch im Leben, darüber reden wir vielleicht auch später, doch auch viele Türen, glaube ich. Also jenseits der Metaphern bist du doch, glaube ich, durch einige Türen mit großen Entscheidungen. Manchmal selbst, manchmal weniger selbst entschieden. Ja. Und das zweite Buch, das du mitgebracht hast, ah, das liebe ich so sehr. Das Buch, das liebe ich so sehr, das wäre mein Buch für die einsame Insel, The Once and Future King, Der König of Camelot. Also ich liebe auch den englischen Titel, Der einstige und zukünftige König, wo wir auch wieder die Zeit drin haben und das Unsterbliche in mancher Hinsicht. Das ist eine moderne Wiedererzählung der Arthussage von einem sehr interessanten Autor, der, wie ich immer, es ganz faszinierend fand. Ich glaube, da war ich 17, als ich es las. Ich weiß, dass da der Lancelot, so unsere Idee von einem edlen Ritter, so hässlich wie ein Affe ist und sich immer fragt, ob, weil er so hässlich ist, seine Seele auch so hässlich sein muss. Ich weiß, dass mich das zutiefst zum Denken gebracht hat, dieses Gefühl von außen und innen und dass das in einer Abenteuergeschichte, in einer fantastischen Geschichte, in solche Tiefen des Denkens geht. Ich habe meinem sieben Jahre jüngeren Bruder Elmar den ganzen Herr der Ringe laut vorgelesen und ich habe ihm auch den König auf Camelot ganz vorgelesen. Und ich weiß noch heute, da war der 14, dass ich sagte, welches hat dir besser gefallen? Und er sagte, der König auf Camelot, der bringt mich so zum Denken. Und das würde ich bei dem Buch sagen, das bringt mich unendlich zum Denken. Bis heute? Bis heute, ja. Aber das mit der hässlichen Seele finde ich natürlich auch, weil wir alle so beschäftigt sind mit den Äußerlichkeiten. Das ist doch ganz interessant, dass jemand denkt, oh mein Gott, ich habe dieses Gesicht, wie sieht dann meine Seele aus? Und ich liebe das auch, dass er Lancelot so beschreibt, dass er sehr grausam ist und dass er deshalb so sanft und gütig ist. Weil er weiß, dass das in ihm lauert oder ist und dass er das umgewandelt hat in etwas Schöneres. Das fand ich auch eine ganz faszinierende Idee über Menschen, dass man das tun kann. Und außerdem ist es endlos komisch und endlos tragisch zur gleichen Zeit, was ich bei Büchern immer sehr bewundere. Wenn sie diesen Spagat hinbekommen, es hat unvergessliche Szenen in den Merlin, den jungen Arthus, um ihn aufs Königsein vorzubereiten, in Tiere verwandelt. Und über all die Philosophien, was die Ameise von der Welt ganz unterscheidet. Und ja, das Buch ist so endlos weise und komisch und alles, dass ich mir einen Finger abhacken würde, wenn ich das geschrieben hätte. Also du hast mit 17 gelesen. Ich glaube, zum ersten Mal, ja. Und erst auf Deutsch und dann später auf Englisch. Und war das dann auch was, also wann hast du angefangen zu schreiben, in welchem Alter? Viel später. Bei mir war es zu der Zeit, und da bin ich natürlich auch noch eine andere Generation, ich dachte, Schriftsteller sind entweder sehr alt oder sehr tot. Man kann ganz bestimmt keiner sein, oder? Also das ist so ein so unverstellbarer Beruf, das geht eigentlich nicht. Bin nie darauf gekommen, dass ich schreiben könnte. Wollte ja mit elf Astronautin werden und hatte tausend andere Ideen, aber ganz bestimmt nicht schreiben. Und ich bin erst mit 27 zum Schreiben gekommen, weil ich eine sehr gelangweilte Illustratorin war. Und dann kam die Fantasie, die quasi auch... Dann erinnerten mich all die Bilder und dass ich doch viel lieber so etwas zeichnen würde. Ich bin ja auch immer schon im Fantastischen sehr zu Hause gewesen, weil ich das Fantastische für realistischer halte. Und ich glaube, dass unsere Welt zutiefst fantastisch ist. Und ja, das hat mich dann ganz selbstverständlich auch übers Illustrieren dann wieder ins Fantastische Schreiben gebracht. Ja, das Fantastische Schreiben und das, was du gerade beschreibst, dass etwas wirklicher sein kann als die Wirklichkeit, gerade weil man es sich ausgedacht hat. Das ist auch etwas, wo ich ganz oft mich frage, ob wir heute, wo wir so Fakten besessen sind, weißt du, ich glaube, Werner Herzog sagt das ja auch immer. Also wir haben natürlich die Fakten, aber was passiert in uns? Also um jetzt mal wieder von einem Mann wegzukommen, aber er war der Erste, der mich tatsächlich in dieser Wucht... Ich kann euch ja ein Telefonbuch vorlesen und ihr wisst trotzdem nichts über Los Angeles. Ich kann nur jeden Namen, ihr wisst ein bisschen was, aber kaum was. Und wo ist eigentlich diese imaginative Kraft, mit der wir Welt verstehen? Ja, weil wir da Zusammenhänge verstehen. Ja, und sie vielleicht auch erträglicher wird. Ja, manchmal, manchmal. Ich glaube, dass sie einfach Widersprüchen, mit Widersprüchen besser lebt. Also dass das Schrecken und die Schönheit zusammengehören. Und wir verstehen nicht warum, aber es ist so. Ich glaube, dass in unserem Denken, also je älter ich werde, desto mehr denke ich das. In unserer westlichen Art zu denken, alles Objekt wird. Ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel indianische Sprachen fast nur Verben haben. Weil der Unterschied dann der ist, ob man sagt, das ist eine Meeresbucht. Während in diesen Sprachen es heißen würde, das ist das, was eine Bucht ist. Und in dem Moment hört man in dem Ist all das Leben und all das Atmen und all die Wirklichkeit. Während wir das zu Dingen machen. Wir haben die Welt so seziert und fragmentisiert, dass wir nicht, ich glaube, es gibt am Amazonas, sagt man, man kann einen Baum nicht in einem Wort benennen. Der Baum ist tausende von Kreaturen, die zusammenleben. Und das schaffen wir ganz schwer. Wir wollen immer für alles einen Namen haben, ein Ding daraus machen. Und diese, ja, ich glaube, das ist ein sehr verkrüppelndes Denken auf die Dauer, was nicht viel Sinn aus der Welt macht. Und ich glaube, das, was wir uns vorstellen, ist ja wahrscheinlich gar nichts, was wir uns vorstellen, sondern nur was, was wir finden. Ich finde auch spannend, wenn du sagst, die Verben und die Objekte, du bist ja auch sehr naturverbunden, dass wir als Menschen uns die Natur immer unterwerfen wollen. Weißt du, wenn du es so benennst, es ist die Bucht, dann kann ich da auch machen, was ich will oder irgendwie stehen lassen. Aber die Bucht ist sofort ein Gegenüber auch, das dich auch wahrnimmt. Uns ist ja das überhaupt nicht bewusst. Wenn wir durch den Wald gehen, sagen wir nicht, alle Vögel nehmen uns jetzt gerade wahr. Der Alarmruf hat wahrscheinlich uns gegolten. Die Bäume fühlen uns auch auf andere Weise, als wir uns das vorstellen können. Aber das tun sie. Wir empfinden ja immer es so, dass wir die sind. Die sehen, hören, riechen. So, wir nehmen die Welt wahr. Die steht da als schöne Dekoration. Und diese Illusionen nähern unsere Städte ja auch. Da steht der Baum genau da, wo wir den hinhaben wollten. Unter unseren Füßen ist alles zementiert. Da kann sich nichts regen, worauf wir nicht gefasst sind. Ja, das frage ich mich auch ganz auf, wie diese Städte aussahen, bevor der ganze Asphalt drüber war. Dass wir eigentlich immer auf lebender Erde laufen, die einfach totasphaltiert wird. War sehr angenehm. Also nicht, dass es nicht unangenehm ist. Aber ich frage mich immer, da unter mir lebt ja eigentlich was. Aber das, was du beschreibst, habe ich im Sommer tatsächlich, weil du Jane Goodall erwähnt hast. Und sie hat in diesem Buch Hope, da geht es ja auch darum. Und sie hat das natürlich durch ihre Arbeit mit Tieren und als Forscherin so beschrieben, wie unglaublich sie im Gespräch ist mit Präsenzen auf der Erde, die mir als normal nicht mit so verbunden mit Tieren und Menschen, wo ich dachte, mein Gott, was entgeht mir eigentlich alles? Und du scheinst das auch zu haben, dieses, dass da, es wird kommuniziert. So wie die Bäume sollen ja angeblich auch kommunizieren miteinander. Sie haben eine Sprache, dass man eigentlich permanent Gespräche überhört. Ja, wir sprechen das Alphabet. Wir sprechen im Grunde die Sprache der Welt nicht. Das ist ganz interessant. Also ich glaube, als wir noch abhängig von diesem Wissen waren, also wir mussten im Wald überleben, wir mussten wissen, wo wir Essen finden, wir mussten wissen, wer uns frisst. Da mussten wir auch das Alphabet der Welt verstehen. Jetzt müssen wir nur noch unser eigenes Alphabet verstehen und haben uns vollkommen davon entfernt, was ich so faszinierend finde, dass das die Geschichte unserer Gattung ist. Sich immer mehr eigentlich von der Welt zurückzuziehen. Jetzt guckt uns hier der ausgestopfte Haare an und denkt sich sein Teil dazu. Das heißt, wir haben die Welt so ein bisschen ausgestopft, aber wir halten sie fern, weil sie ja auch mal sehr bedrohlich war und beängstigend. Und auch wieder ist, oder? Und es umbrachte. Ja, auch wieder ist durch die Klimakrise. Absolut. Sie ist ja wieder bedrohlich. Ja, sie bringt sich gerade in Einerung. Und hat diese Art, also solche Bücher zu lesen, diese Fantasie zu öffnen, war das für dich der erste Zugang zu unsichtbaren Wirklichkeiten, dass du gesagt hast, ich kann die Figuren, die Welt, da ist irgendwas, das ich erspüren möchte. Hast du diese Art, die Welt zu erfahren, zunächst über Bücher so wahrgenommen? Das ist immer die große Frage, war das das Ei oder die Henne, habe ich mir die gesucht? Ich kann dir das natürlich nicht ganz endgültig beantworten, aber ich glaube schon, dass die viel aufgemacht haben. In dem Moment, glaube ich, wo Bücher uns zu Gestaltwandlern machen, dass wir plötzlich ein Fell haben, dass wir plötzlich Federn haben, dass wir uns plötzlich vorstellen. Wir wären für einen winzigen Moment Lilliputaner. Ich glaube, dass uns das immer ändert und dass uns das auch immer offener dafür macht, dass die Welt so viel vielfältiger ist, als wir uns das vorstellen in unserem doch immer wieder sehr reduzierten Denken. Deswegen denke ich auch immer, wenn man mich fragt, warum schreibst du fantastisch? Ich sage, ich schreibe eigentlich realistisch. Das andere ist eigentlich unrealistisch. Das ist die menschliche Wirklichkeit. Die trenne ich aber ganz gern von dem, was es so alles an Planetenwirklichkeit hier gerade gibt. Wir stellen uns jetzt ja auch nicht gerade vor, dass wir um einen Feuerball rasen. Auf einer Kugel D. Wir stellen uns das nicht vor, vielleicht sollten wir. Welches war das nächste? Das hast du mit 17 gelesen? Ich glaube, das wolltest du... Ich nehme mal an, wobei ich eigentlich wahrscheinlich sagen würde, vielleicht habe ich das sogar eher gelesen. John Steinbeck zuerst. Aber ich bin in Kalifornien später gelandet. Also es kommt jetzt eher darauf an, lesen wahrscheinlich bevor diesem Leben in Kalifornien gelandet, bin ich dann später. Du entschreitest. Was die reale Reihenfolge ist. Dann lass uns noch nicht nach Kalifornien gehen. Gut. Ja, dann lass uns noch einen Moment hierbleiben. Wenn es passt, das hast du hier noch gelesen. Das ist das einzige Buch, was ich lesen konnte nach dem Tod meines Mannes. Ich habe das inzwischen von einigen Menschen gehört, dass es extreme Lebenssituationen gibt, in denen man dann sieht, welches Buch besteht jetzt gerade. Welches Buch liefert einem jetzt die Worte, die man gerade braucht? Und man ist oft sehr überrascht, welches Buch das ist. Ich habe, und das berührt mich immer zutiefst, von Lesern schon sowas gehört wie, als ich eine Krebsdiagnose kriegte, habe ich Tentenherz gelesen. Ich habe mal von einer jungen Soldatin gehört, dass sie im Irakkrieg Tententod gelesen hat. Das berührt einen immer zutiefst, weil man dann weiß, die Geschichte erzählt in diesem Moment von Wirklichkeit. Und zwar von einer Wirklichkeit, die uns zutiefst bestürzen und verletzen kann. Und bei mir war das die Audrey Neffenegger, die Frau des Zeitreisenden, was mich sehr getröstet hat in dieser Zeit. Das kam ganz selbstverständlich zu mir, das Buch. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gefunden habe. Und ganz, ganz bizarr, so wie das Leben dann manchmal webt und wir es nicht verstehen, habe ich die Audrey Jahre später auf einem Friedhof in London getroffen, eine meiner Lieblingsfriedhöfe in Highgate, wo sie eine Touristenführerin war, um für ihr neues Buch zu recherchieren. Und ich ihr dann erzählt habe, was ihr Buch für mich bedeutet hat. Wirklich? Ja, das war wirklich. Ich bin da mit einem Journalistenfreund gewesen, dessen Frau sie übersetzt hatte. Und dadurch waren wir auf Highgate und wer ist unsere Führerin? Ich konnte das nicht glauben. Genau, wie du jetzt sagst. Wirklich? Ja, ich habe erst gedacht, bin ich jetzt gerade durch eine Tür gegangen und habe es nicht gemerkt. Ja, und das hat mir sehr viel bedeutet, ihr das zu erzählen. Und warum war es für dich im Buch, das Bestand hatte? Also das kann man ja auch nicht immer ganz erklären, aber es geht darin natürlich um Verlust. Es geht um jemanden, der in der Zeit reist und auch immer wieder aus der Raus fällt, sodass die Menschen, die ihn lieben, nie wissen, wann er wieder auftaucht. Ob sie ihn für immer verloren haben, ob sie ihn wieder treffen, in welcher Reihenfolge treffen sie ihn. Da sind sie plötzlich ein Kind und er ist schon erwachsen. Die Zeit hält sich bei ihm nicht an die Reihenfolge, die wir der Zeit geben. Und ich glaube, das spricht sehr über Verlust. Und das Gefühl, dass jemand einem entschlüpft ist und doch irgendwie da ist. Und das Gefühl habe ich bei meinem Mann immer gehabt, dass er nicht wirklich weg ist, aber eben doch anders da ist. Und ich glaube, das hat das Buch wirklich auf meisterhafte und unvergessliche Weise in Worte gefasst. Und ich mache keine Hele aus der Traurigkeit und keine Hele aus der Liebe. Aber Zeit, so bei jedem Buch spielt Zeit für dich eine große Rolle. Ja, das ist ja interessant, weil es gibt einen Satz, der kommt in diesem Buch vor, wo er sagt, die Aborigini glauben über uns, also über unsere westliche Zivilisation, dass wir gefangen sind in einer Traumzeit, aus der wir immer noch nicht erwacht sind und die ist definiert von zwei Größen, die es nicht gibt. Zeit und Geld. Das sind die Abstraktionen, die wir erfunden haben. Und wir tanzen und träumen da vor uns hin um diese beiden Begriffe herum, die vollkommen abstrakt sind und keiner Wirklichkeit entsprechen. Und das fand ich ganz endlos interessant. Ich habe einen Freund in Los Angeles, der Physikprofessor ist und gleichzeitig einer der sogenannten Distant Viewer. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Das sind Leute, die können über Tausende von Kilometern bestimmte Dinge sehen. Der wurde von der amerikanischen Armee engagiert, um abgestürzte Piloten in Afghanistan zu finden und so weiter. Hasst es, dass er das kann, weil er ist Atheist und Wissenschaftler und versteht nicht, warum er das kann. Und James sagte irgendwann mal den schönen Satz zu mir, als ich sagte, glaubst du, wir werden jemals Zeit reisen können? Und er sagte, naja, wir können das ein paar Minuten lang, aber länger geht es noch nicht. Ich weiß heute noch nicht, was er damit gemeint hat. Aber die Zeit ist natürlich vermutlich etwas sehr Abstraktes, was wir uns ausgedacht haben. So hat er seine Gabe immer erklärt. Er hat immer gesagt, das, was ich da gerade sehe, das ist etwas, was wir als Zukunft bezeichnen. Aber das ist wahrscheinlich schon da. Mich verlässt er mein Denken. Ja, das ist wirklich so ein Film über Quantenphysik. Warst du Quantenphysik wahrscheinlich? Ja, und er spricht darüber so selbstverständlich, wie ich über das Alphabet. Das ist dann so wirklich völlig verwunscht. Aber wo man dann aus dem Haus geht, dass das Haus hinter einem aber auch schon wieder quasi sich auflösen könnte in einer anderen Zeit. Ich habe dann immer gedacht, ich habe zu viel Dr. Who geguckt. Man kennt zu viel in der Zeitmaschine unterwegs gewesen. Aber ja, also von daher, ja, wahrscheinlich ist auch Zeit etwas. Wir kennen das ja alle, dass wir das Gefühl haben, jetzt ist die gerade langsam. Jetzt ist die gerade schnell. Wie ist das möglich, wenn man sie messen kann? Das ist ja ein Rätsel, ich glaube, dem wir alle immer wieder begegnen, dass man sie auch ganz bewusst verlangsamen kann. Wir haben gerade Kalifornien verschoben, aber dein Mann ist ja mit dir nach Kalifornien. Ihr seid ja zusammen nach Kalifornien. Ja. Im Grunde könntest du sagen, wir sind jetzt auf Umwegen schon in Kalifornien gelandet. Wir sind doch da gelandet, ne? Ja, ja. Und wenn ich fragen darf, also wenn das das Buch war und dein Mann war anders da, wie du sagst, wie war dann die Zeit? Die Zeit. Dein Zeitgefühl. Die Zeit war so, dass sie in Wellen kam plötzlich. Also Trauer kam plötzlich in Wellen und beeinflusste fast auch Zeit. Das verschmolz alles so miteinander. Und ich würde heute sagen, dass das zu verarbeiten, einen solchen Verlust bei mir etwa vier Jahre gedauert hat. Also ich könnte schon in Zeit fassen und ich merke auch immer wieder, dass ich durchaus in unseren Zeitbegriffen denke. Ich bin da nicht frei von. Aber dass ich richtig mit jedem Jahr oder man könnte natürlich auch sagen, einem Mondzyklus merkte, dass da irgendwas geheilt war oder anders verstanden war. Dass plötzlich die glücklichen Erinnerungen immer wichtiger wurden und der unmittelbare Schmerz des Verlustes so langsam zurückging. Weil der natürlich letztlich, wenn ich mir mein Leben ansehe, ich war nun 27 Jahre sehr glücklich verheiratet, dann ist das ja eine verhältnismäßig kurze Zeit. Also Wolf ist innerhalb von zwei Monaten diagnostiziert und gestorben. Das heißt, da hat man dann auch wieder ganz verschiedene Zeiten, die gegeneinander stehen. Und die lange Zeit bringt dann auch den Trost. Bringt sie auch vergessen? Hoffentlich nicht. Nee. Es hat mich immer so beschäftigt, es gibt bei Before Sunset, diesem Film, diese Folge, wo sie dann, ich glaube der zweite Teil, wo sie in Griechenland sind und eine Frau am Abendessen auch erzählt, dass sie ihren Mann verloren hat und dass sie ihn vermisst. Aber dass sie am meisten erschrickt, weil eben sie dachte immer, dass das Schlimme sein wird, dass man sich erinnert und die Person ist nicht da. Aber dass es sie verletzt, dass sie immer mehr Details vergisst. Also dass sie vergisst, wie er gelacht hat oder welchen blöden Spruch er jetzt gemacht hätte. Also dass am Anfang seine Abwesenheit permanent spürbar war. Ja. Und sie meinte und sie hat nicht damit gerechnet, dass Zeit eben auch heißen wird, dass sie Dinge vergisst, die sie eben vermisst hat und dass es ihr Angst macht, dass sie ihn nicht so erinnern kann oder wahrscheinlich ein normaler Prozess ist. Aber da hatten meine Kinder unheimliche Angst vor, weil sie ihn ja im Grunde nicht so lange gekannt haben wie ich. Also das weiß ich, das hat sogar Anna mal gesagt. Und mein Sohn vor allem, der war ja erst elf, dass er einfach nicht so viele Erinnerungen hat, wie ich die hatte. Bei mir ist die Erfahrung eher umgekehrt, dass ich diese ganz kleinen Momente weiter erinnere. Dass wir mal zusammen einen Kaffee trinken und er guckt auf und guckt mich an. Dass eine bestimmte Kuhle in der Hand, solche kleinen Dinge. Und deswegen glaube ich, es ist ganz wichtig in unserem Leben, dass wir diesen kleinen Dingen sehr viel Aufmerksamkeit zollen. Weil ich glaube, die in unserem Gedächtnis oft viel länger lebendig bleiben, wenn sie auch eine sinnliche Erinnerung sind. Eine ganz präzise Momente-Einnerung. Dann klappen die sich fast auf wie so eine kleine Ewigkeit. Und das ist was ganz Faszinierendes. Das ist mir zum Beispiel überhaupt nicht verloren gegangen. Auch, dass ich ihn immer Kater genannt habe. Oder er hatte so einen schönen Spitznamen für dich? Gattolino. Er hatte immer Machelet. Ja, aber das ist so, und diese Sachen habe ich das Gefühl, und ich höre das von anderen Frauen, die ihre Männer verloren haben, dass das so eine seltsame Präsenz bleibt. So eine ganz selbstverständliche, die manchmal so stark ist, dass man sagt, oh, hallo. Ja, apropos erinnern. Ich erinnere mich an dich das allererste Mal, als ich darüber gelesen habe, wie du in einem Interview über deinen Mann geschrieben hast. Und ich dachte, was für ein schwieriges Thema, so etwas öffentlich zu teilen. Ja. Und dann hast du eben erzählt, wie er dich nannte. Und ich habe fast dein Lachen aus dem Text gehört. Wirklich so. Weil du hast eben, da war so eine Freude, dass er dich eben meine Schöne nannte eigentlich. Und ja, dass gerade solche Dinge dann bleiben. Also auch im Erinnern von Menschen, denen man jetzt heute in dieser Zeitdimension gegenüber sitzt und du diesen Namen so sagst. Und das Interview habe ich damals gegeben, weil ich dachte, wenn ich es jetzt nicht tue und sage, wird darüber geschrieben. Aber es wäre doch besser, wenn ich selber darüber rede. Und vielleicht auch im Namen von all den Frauen, denen das ja passiert. Und eine sehr, sehr gute Freundin von mir hat dann ein paar Jahre nach mir ihren Mann verloren. Und wir hatten dann so seltsame Dinge, die wir einander erzählten wie, findest du auch über weiße Federn überall? Oh ja, ja, das habe ich auch. Ja, ab und zu liegen irgendwo weiße Federn und man weiß nicht, wo sie herkommen. Tatsächlich, dann geht dir das genauso. Man kommt sich ja verrückt vor, so etwas zu erzählen. Und es ist dann immer sehr spannend, wenn dir andere Frauen ähnliche Dinge erzählen. Oder man sieht irgendwo eine Blume, die ganz einsam am Wegrand blüht und man sagt, oh danke und weiß eigentlich nicht, warum. Und das sind so Dinge, das war mir wichtig, in dem Interview darüber zu reden und damit man sich dann auch mit all den Frauen verbindet. Und war das auch deine Art, mit diesem Erfolg umzugehen? Also diesen, weil, dass du überhaupt sowas erlebst und denkst, es gibt jetzt so viele Menschen, die meinen, einen Anspruch haben zu dürfen oder die wissen wollen. Oder hast du gleich gedacht, ich habe jetzt diese Menschen erreicht mit meinem Schreiben. Das ist bei mir eher. Ja, ich glaube, das sind eher so meine, also das ist ja das beim Lesen. Ich glaube, das empfindet man sehr anders, als wenn man, glaube ich, zum Beispiel Schauspielerin ist. Da ist man ja doch immer in einer anderen Rolle und oft auch einer, die jemand anders geschrieben hat. Die Menschen, die meine Geschichten lesen, die kennen mich. Die sind mit mir gereist. Die sind in meinem Kopf, in meinem Herzen gewesen. Das heißt, ich habe das manchmal, dass sie sagen, oh, kann ich dich mal umarmen? Ich glaube, ich kenne dich. Und ich sage, ja, tust du. Nicht, weil man ist miteinander gereist und oft auch in sehr extreme, gefühlsmäßige Erfahrungen kommt, aus Wurern. Deswegen habe ich das eher so, dass ich dann sage, so, jetzt kann ich deren Stimme sein. Also ich hatte in der, ich hatte natürlich auch Sorge, dass der irgendein Journalist sich was zusammenschreibt und es reißerisch wird oder auch einfach meinem Mann nicht gerecht wird. Aber ich glaube, der erste Impuls war schon der, oh, da sind ja so viele. Und ich habe viele berührende Briefe dann auch bekommen von Frauen, die das eben erlebt haben. Denn es passiert ja öfter, als man denkt. Ist aber auch für eine Schriftstellerin, du hast vorhin gesagt, diesen komischen Beruf, aber für Schriftsteller auch ungewöhnlich, weil ja viele sich oft eben dann distanzieren und sagen, nee, das hat irgendwie, auch wenn es biografisch ist, hat es nichts mit mir zu tun. Also, dass du so offen sagst, doch, die sind durch mich gereist. Die sind, die wissen, was in meinem Innenleben und in meinem Herzen stattfindet. Und ich erinnere mich an einen Lektor, der sagte, nach irgendeinem Interview mit einer Sängerin, das wirklich berührend war, na kein Wunder haben die es so viel leichter, als die Autoren bei euch kommt immer irgendwas Verklausuliertes und man hat das Gefühl, man soll jetzt bloß nichts von euch wissen wollen und die gibt sich so her. Aber bei dir habe ich gerade einen Eindruck, dass es für dich auch so war, ich gebe meine Bücher, ich gebe was von mir. Also, ich sage ja auch immer, ich bin keine Schriftstellerin. Ich sage ja immer, ich bin Geschichtenerzählerin, weil ich irgendwann begriff, dass mir was an diesem Wort Schriftsteller nicht gefiel. Ich merkte richtig, ich zögerte, das zu sagen. Ich zögerte auch Autorin zu sagen. Und dann habe ich gedacht, na ja, was bist du denn dann? Und warum gezögert? Weil das so besetzt ist? Es klingt so intellektualisiert, es klingt fast so ein bisschen fern, genau wie du das gerade beschreibst. Sehr distanziertes Wort, das schmeckt auch so. Und da habe ich gedacht, ich will wahrscheinlich eine Geschichte erzählen. Und ich schreibe das zwar nieder, aber eigentlich wird das ja eigentlich so. Ich sage immer, das ist so der Beruf, wo du abends im Feuer den anderen die Angst vor der Dunkelheit vertreiben musst, indem du Geschichten erzählst. Und da sagt man auch nicht, na du bist jetzt ja sieben Jahre alt, du darfst jetzt hier nicht mehr sitzen und du bist siebzig, du bist zu alt für dieses Buch, sondern du erzählst ja für alle. Und du musst es auch schaffen, für alle, die da jetzt gerade sitzen, dass diese Geschichte irgendwas sagt. Das ist bei mir letztlich auch ein Anspruch, ob es das Bilderbuch ist oder jetzt ein Roman. Dass wenn sich da jetzt noch jemand zusetzt, der ein ganz anderes Alter hat, als man da eigentlich denkt, der sollte das lesen, dass es trotzdem irgendwas hat, dass da irgendwas drin schmeckt. Und ja, vielleicht fällt es mir auch leichter, weil ich nicht biografisch schreibe. Ich schreibe und da verstecken sich tausend Dinge drin, von denen ich gar nicht weiß, die sich da reinschleichen aus meiner Biografie. Ich sage immer, das ist das Werkzeug. Alles, was ich erlebt habe, wer ich bin, das ist mein Werkzeug. Aber die Geschichte kommt von außen. Und da habe ich meine Antennen aufgestellt. Okay, sie ist hängen geblieben, sie ist zu mir gekommen. Ich habe sie gefunden. So, und dadurch, die reise ich jetzt mit den anderen. Und dadurch gehört die uns allen in dem Moment. Dieses mit den anderen war dir auch von Anfang an wichtig, weil du bist ja dann auch irgendwie aus Deutschland raus, weil du gemerkt hast, das, was du erzählst und wie, ist hier nicht in der Zeit oder in der Geschwindigkeit, wie du eigentlich zu den Leuten willst. Also dieses Bedürfnis, du willst raus und auch gehört und gelesen werden, und das war da und du hast die richtigen Menschen gesucht. Das klingt, als ob ich das entschieden hätte, aber das darf ich mir nicht als Kredit geben. Das darf ich nicht sagen können. Nee, das hast du gut gemacht. Ich glaube, eher das Leben hat mich da geschubst. Ich war eigentlich schon eher jemand, der so in Hamburg saß und das war schon anstrengend, nach Frankfurt im Zug zu fahren. Das war ich ganz lange. Und dann hat die Arbeit und mein Verleger in London, der sagt, du musst jetzt aber nach Amerika reisen, du musst jetzt mal deine Leser treffen. Die haben das verändert. Das war nicht ich. Das heißt, da hat das Leben immer so ein bisschen geschubst, wenn Cornelia faul wurde oder Cornelia zu ängstlich war. Schubs, schubs, kam immer irgendetwas. Und ich glaube auch, wir kennen das alle. Ich glaube sogar, das sind immer drei Klopfer. Und wenn man auf die drei nicht hört, dann wird das Schicksal manchmal sehr böse. Aber ich glaube, ich bin wirklich widerstrebend zur Weltbürgerin geworden und bin heute noch dankbar dafür, dass das passiert ist. Ich wäre so eine langweilige Person geblieben. Das heißt, ja, das hat mir den Horizont so weit gemacht. Und es hat mir dann auch die ganze Welt geschenkt, weil dann plötzlich in Neuseeland zu stehen oder in Indien oder in Mexiko und Zeilen aus den eigenen Büchern in anderer Sprache wiedergegeben zu bekommen. Und ich habe es mal ganz berührend erlebt. In Paris, da haben sie in der internationalen Schule mich damit überrascht, dass sie zehn Kinder in zehn verschiedenen Sprachen die erste Passage von Tentenherz haben lesen lassen. Und dann fühlt man auch diese Verantwortung plötzlich, dass man doch für die Welt erzählt. Dann denkt man aber auch, ja, Cornelia, dann musst du dir die Welt überhaupt ansehen. Und dann musst du auch über die anderen lernen. Und dann musst du auch lernen, sie alle zu sein. So ein bisschen, also einfach den Horizont immer wieder herauszufordern. Und das ist für mich die größte Bereicherung. Deswegen bin ich auch jemand, der so große Hoffnungen dafür hat, dass dieses Land jetzt langsam aufregender wird, weil so viele von woanders kommen. Ich habe ja immer die wilde Theorie, dass wir uns durch den Faschismus fast ein Glied abgehackt haben. All den Humor, all die Traurigkeit, all die Künstler, die verloren gingen. Und jetzt plötzlich kommen da tausend Stimmen zurück aus aller Welt. Und auch wenn das schwer ist, daraus ein neues Gemeinwesens formen, wird das immer ein bunteres und aufregenderes. Und das sehe ich dann halt als Künstlerin sehr selbstsüchtig. Ein so viel aufregenderes und besseres. Weil Kunst immer schöner wird, wenn es da zusammenklingen gibt. Du bist dann aber von einer Person, die nach USA gezwungen werden muss, zu einer Person, die in USA leben wollte, geworden. Und dann kommen wir jetzt doch zu John Steinbeck. Hat das mit ihm zu tun? Oder hast du ihn dann dort entdeckt, weil er dort so groß ist? Das Verrückte ist, John Steinbeck wusste das lange vor mir. Ja, das heißt, ich habe mit großer Leidenschaft jenseits von Eden gelesen, als ich auch so, ich glaube, ich war so in den jungen Zwanzigern. Und ich hatte selten eine so mächtige literarische Stimme gehört. Ich kannte Kalifornien überhaupt nicht, die USA überhaupt nicht. Ich hatte keinerlei Traum, jemals dort zu leben. Und als ich dann in Kalifornien war, kamen all diese Landschaften wieder, die er mir beschrieben hatte, so wie als ich nach Schweden das erste Mal kam, ich das Gefühl hatte, da war ich doch schon mit Astrid Lindgren. Ich glaube, das war mir vorher nicht so bewusst, dass Bücher uns ja auch Orte geben können. Und dass sie uns schon mal reisen lassen an Orten, wo wir eigentlich noch nie gewesen sind. Und das ist so wunderbar, wenn man dann vielleicht auch ein ängstlicher Reisender ist, an diesen Ort zu kommen. Und der ist schon so vertraut. Da fühlt sich so vieles schon so an, als ob man das schon mal gewesen ist. Und John Steinbeck hat es ganz bestimmt für mich mit Kalifornien getan. Also mit Jenseits von Eden und The Greatest Breath. Also die Früchte des Sons. Und warum hast du gerade dich für dieses entschieden und nicht für die anderen? Weil ich glaube, ich habe das mal erlebt, mein Sohn musste das in der Schule lesen. Mein Sohn ist überhaupt kein Leser. Der gehört sich nur Hörbücher an und steht aber auf dem Skateboard. Das heißt, der musste dieses Buch lesen. Und ich sagte, das ist dir jetzt vielleicht kein Trost, aber das ist das beste Buch, was je über Gut und Böse geschrieben worden ist. Okay, Mom. 500 Pages später. Und dann kam er, ich glaube, drei, vier Wochen später und gab, glaube ich, John Steinbeck das größte Kompliment, was man kriegen kann von einem 16-Jährigen, der nicht liest. Der sagte, Mom, ich glaube, ich weiß, was du meintest. Und er hat im Grunde mein Urteil geteilt, dass das ein großes Buch über Gut und Böse ist. Und ja, ich habe erst den Film gesehen, wie viele von uns, mit James Dean, deswegen ist der ja auch hier vorne drauf. Und wenn man dann das Buch liest, das ist so eine Offenbarung, weil das Buch halt so viel vielschichtiger und reicher ist als der Film, der nicht schlecht ist. Aber das Ganze natürlich sehr kondensiert und verkürzt. Und dieses Bild von Kain und Abel, ob man mit dem Bösen geboren werden kann oder ob das kommt und was das eigentlich ist, das hat mich zutiefst bewegt. Fällt mir nur auf, weil du das ja auch bei dem Kämmerlerzoo fandest, mit dieser Seele und böses Gesicht und böse Seele, auf der Suche nach zwischen Gut und Böse unterscheiden. Ist es für dich so ein Kampf im Leben oder warum fasziniert dich der Kampf zwischen Gut und Böse? Ich denke manchmal, das liegt daran, dass ich Deutsche bin. Weil ich weiß, dass du mich das als Kind zutiefst beschäftigt hast, was ich da erfuhr, was mein Großvater angeblich gemacht hatte, was da Nachbarn Nachbarn antaten. Als Kind fand ich das ganz schwer begreifbar. Ich hatte das Gefühl, ich bin eigentlich von netten Menschen umgeben. Wann passiert denn, dass die umkippen und einander verraten, ausliefern? Ich weiß, dass mich das zutiefst bestürzt hat. Und in der Schule wurde das dann besprochen. Ich war ja auf einer katholischen Schule und das wurde auch mit einer jüdischen Direktorin, die zum Katholizismus übergetreten war. Also wir hatten eine Widerstandskämpferin da. Es war ein Thema und auch politische Verantwortung, auch das Gefühl, was tut man denn, wenn das passiert? Ich glaube, gerade die letzten Jahre lassen uns das alle fragen. Wenn es dann so schleichend alles zurückkommt, was machen wir denn? Die Frage habe ich mir als Kind gestellt und ich stelle mir die gerade wieder. Und ich nehme an, das hat damit zu tun, dass ich verstehen wollte, wie das möglich ist, dass Menschen, die ich eigentlich für gut, als gut empfand. Ich hatte keine bösen Menschen in meinem Leben. Ich hatte keine Grausamkeit. Oder ich hatte Ärger. Oder vielleicht mal einen zu strengen Lehrer. Aber ich kannte das nicht. Ich nehme an, das hatte diesen Grund. Oder das habe ich mir im Grunde jetzt im Nachhinein so erklärt, dass ich seitdem denke, man muss das Böse auch sehr ernst nehmen. Ich werde sehr ärgerlich, wenn das glorifiziert wird oder so als glamourös dargestellt wird. Weil ich glaube, das ist es einfach nicht. Das ist sehr brusage und sehr verkrüppelt oft und sehr hässlich. Und wenn du sagst, jetzt hast du manchmal das Gefühl, das Böse kommt zurück oder stärker zurück, wegen, was wir in Russland und Ukraine erleben. Was wir an faschistischen Bewegungen. Wer hätte gedacht, dass das jemals möglich ist, dass in Deutschland rechtes Denken wieder Fuß fassen kann. Ich hatte wirklich gedacht, wir haben so unseren Impfstoff gegen den Faschismus bekommen. Weil wir alle wissen, wo die Straße hingeht. Weil wir alle gesehen haben, was da am Ende ist. Was für ein Leid und was für eine Zerstörung. Und trotzdem stolpern wir die Straße wieder runter. Das passiert mir ja nun in Italien, passiert es ja genauso. Die Melone ist gerade sehr populär. Und dass man nicht lernt. Dass unsere Gattung scheinbar so lernunfähig ist. Auch gerade was ja dasselbe, was jetzt ist. Alle Wissenschaftler erzählen uns seit 20 Jahren, dass wir auf eine Klimakatastrophe zuschlittern. Was machen wir? Trinken Champagner. Das ist einfach unglaublich. Und da denkt man sich doch, sind wir eine denkende Spezies? Oder werden wir definiert von ganz anderen Kräften? Werden wir angetrieben von unserem unmittelbaren Vergnügen? Werden wir angetrieben von unserer Sehnsucht darauf, es einfach gut zu haben im Moment? Können wir nicht vorausdenken? Können wir nicht an unsere Kinder denken? Ich frage mich im Moment auch, wenn wir den Konflikt der Hamas und Israels sehen, die, die darüber gegangen sind, den ersten Angriff gemacht haben, haben die nicht an ihre eigenen Kinder gedacht? Hatten die keine Kinder? Wussten die nicht, was dann kommt? Gibt es da kein Zukunftsdenken? Gibt es da nicht? Wir können doch nicht so zusammenleben. Wir müssen doch zusammenleben und nicht gegeneinander. Man denkt eigentlich, wir haben genug Geschichte hinter uns. Man denkt eigentlich, wir haben unsere Lektionen aufs Brutalste gelernt. Aber das scheint nicht so zu sein. Du bist in Italien, darüber reden wir auch nachher gleich. Aber dieses Gut und Böse und auch bei Steinbeck und auch überhaupt im Fantastischen, ist es nicht eigentlich letztlich, was wir da suchen, denke ich manchmal, weil man im Alltag das manchmal so gar nicht sieht und dann doch diese Unruhe irgendwann da ist und plötzlich im Fantastischen lebt das was aus. Ich glaube schon, dass wir das manchmal wünschen, dass das im Fantastischen das große Ungeheuer ist, das man bekämpfen kann. Da ist interessanterweise dann immer der Drache, der dann geschlagen werden muss. Und dass wir das versuchen, in eine Körperlichkeit zu bringen, die man besiegen kann. Interessanterweise meist nicht mit Witz oder mit Gesprächen, sondern auch wieder mit Gewalt, was wahrscheinlich dann schon sehr fragwürdig ist als Lösungsansatz. Aber ja, ich glaube, dass wir das dann manchmal suchen, dass wir das besser benennen können. Aber wenn das Fantastische gut ist, dann finden wir darin ja nur unsere Welt. Ich finde das sehr problematisch, zum Beispiel beim Herrn der Ringe, den ich für viele andere Dinge bewundere, aber zum Beispiel, dass die Bösen keine Menschen sind, dass die Orks sind. Und wenn ich heute höre, dass man die russischen Soldaten Orks nennt, dann finde ich das entsetzlich. So entsetzlich, ich finde, was sie tun. Ist es aber trotzdem was, den Gegner zu entmenschlichen, kann ja nicht der Weg sein. Das führt uns ja nur immer wieder in dieselben entsetzlichen Konflikte, in denen immer die Unschuldigen sterben. Das wollte ich gerade fragen. Ist das Böse eigentlich immer in dir oder ist es immer außen? Also durch Fantasie denkt man immer eben an die Ungeheuer draußen. Die draußen, die großen, die Schatten, von denen ich mich als Kind verstecke. Außer ist das so gut wie da, wo der ganze Lottes in sich selber führt. Also das denke ich, das ist Fantasy, die wirklich gut ist. Das ist allerdings beim Herrn der Ringe ja auch so. Ich weiß, in dem ganzen Film, den konnte mein Sohn sich schon mit acht angucken, trotz all der Metzereien darin, die einzige Szene, die ich vorspulen musste, war immer wo die, wo der Bilbo, also einer der guten Helden, plötzlich böse wird. Für eine Sekunde durch den Ring. Und das ist ein wunderschönes Bild im Herr der Ringe, dass man durch eine Sache, die Böse ist, plötzlich im Guten das Böse weckt. Und Tolkien hat ja mal gesagt, das Buch geht nur um den Tod. Und war selber in den Gräben im Ersten Weltkrieg und das spürt man halt auch. Jetzt gegen den Tod, jetzt mache ich auch einen Zeitsprung, nämlich zurück zu deiner Zeitreisenden, weil ich deiner Welt ja die Zeit so, weil ich dann doch darüber nachgedacht habe, wenn du böse und gut und du hast deinen Mann sicher früher verloren, als du wolltest. Ja. Und als deine Kinder vor allem wollten, war das dann auch was in Kategorien gut und böse? Also, dass man darüber nachdenkt, welche Mächte sind am Werk, wenn... Interessanterweise nein. Nein? Ich habe da auch keine Zorn gehabt. Auch kein Ungerechtigkeitsempfinden? Nein, weil ich glaube nicht, dass Tod und Leben ungerecht sind, in der wir Hinsicht sind, wann sie enden. Ich glaube eher so ran, das sind so Reisen. Und der eine Reise führt dahin, die eine Reise führt hierhin. Dann könnte ich auch sagen, wie ungerecht, dass ich 27 Jahre glücklich verheiratet war und meine beste Freundin immer noch keinen Mann gefunden hat. Ich glaube nicht, dass man das Leben so wiegen kann. Und wenn ich das tun würde, dann würde ich sagen, ich habe schon viel zu viel Gutes bekommen. Das heißt, da bin ich das Schicksal ergeben in mancher Hinsicht und mein Mann war ähnlich. Das heißt, es wird dann eher so gesagt, okay, das ist der Weg, okay, das ist der Weg. Und ich weiß, eine Freundin von mir erzählte das mal, die sehr zornig war, als sie ihre Frau verlor und dann von jemandem gesagt hat, Kriege, das ist ihr Weg, nicht deiner. Darüber kannst du dir gerade kein Urteil anmaßen. Das sehe ich eh nicht. Das ist auch eine große Freiheit gegenüber den Menschen. Also nicht so dieses, dass er für dich da gewesen ist. Um Gottes Willen. Nee, nee, nee. Das ist also wirklich, also sagen wir so, ich habe das dann oft, wenn ich dann, wenn mein Sohn dann ein wilder Teenager wurde und ich gesagt habe, na danke, Katholino, das sind deine wilden Gene, mit denen muss ich mich jetzt rumschlagen. Sowas gibt es natürlich, aber nee, das habe ich wirklich, ich glaube auch, dass Zorn wirklich eins der unfruchtbarsten Gefühle überhaupt ist. Das einzige, glaube ich, was noch schlimmer ist, ist das Selbstmitleid. Und ich glaube, das war für mich das Wichtigste. Das sage ich auch zu allen, die sowas erleben, solchen Verlust, geh nicht ins Selbstmitleid. Ich glaube, dass nichts uns mehr vergiftet und uns mehr Kraft nimmt. Und wenn wir uns mal ansehen, wie unser Leben gelaufen ist, gegenüber dem von vielen anderen, haben wir meist auch keinen Grund. Nicht. Dann kommen wir jetzt zu deinem Junker Porter. Ja, da kommen wir in etwas ganz anderes. Das Wissen der Aborigines und die Krisen der modernen Welt. Ja, und interessanterweise ist das nicht der Originaltitel. Denn im Englischen heißt das, kann das indigene Denken die Welt noch retten. Und das Buch hat mir meine Tochter, Anna, zum Geburtstag geschenkt, weil sie davon gehört hatte, sie selber würde eigentlich solche Bücher gar nicht lesen. Deswegen fand ich das sehr interessant, dass sie mir ein Buch geschenkt hat, was mein Denken wirklich grundsätzlich herausgefordert, in Frage gestellt hat und mich immer noch verfolgt als Buch. Ich habe es gerade jemanden gegeben, das klingt jetzt wahrscheinlich ganz verrückt, ein Freund von mir, der mal ein literarisches Festival in Kolumbien gegründet hat und mit dem ich immer Künstleraustausche organisiere, lässt sich gerade zum Schamanen ausbilden in Guatemala von den Meier. So, das klingt wesentlich esoterischer, als er ist ein sehr pragmatischer Mensch. Es ist also sehr interessant, sehr interessante Gespräche mit Andrés gehabt. Und als ich dem das gab, hat ihn das Buch zutiefst erschüttert, weil es wieder ein ganz anderes Denken ist. Und der Juncker Porter sagt darin so provozierende Sätze wie, um euch klarzumachen, wie verschieden wir denken, eure Vorstellung von der Apokalypse ist unsere Vorstellung vom Paradies. Das heißt, dem Gedanken war ich noch nie begegnet. Das heißt, da ist ein Volk von Jägern und Sammlern, ja im Grunde immer noch, die sagen, alles, worauf ihr Wert legt, alles, was uns jetzt gerade umgibt, alles, was wir lieben, unsere Bücher, ein Tisch, an dem wir sitzen, ein Stuhl. Und das bedeutet uns gar nichts. Wir wollen, dass das alles wieder weg ist. Wir wollen, dass die Welt wieder so ist, wie sie immer war. Das war ein Gedanke, den hatte ich noch nie gedacht. Ich weiß auch heute noch nicht, wie ich den denken kann. Ja, ich überlege auch gerade. Weil ich sitze ja da und ich liebe meine Bücher um mich her. Das heißt, wir lieben ja all das, was wir uns in den letzten, wollen wir sagen, 10.000 Jahren gelegen. Unsere Zivilisation. Und gleichzeitig hat mich das auch sehr befreit, dieser Gedanke. Denn das ist ja, und er hat auch so köstliche Sätze darin, wie, ich werde euch jetzt nicht erklären, dass es keinen Norden, Süden, Osten und Westen gibt. Das ist fortgeschritten. Darüber reden wir jetzt nicht. Er sagt auch, dass er immer, bevor er ein Kapitel versucht, eine bestimmte Art von Denken der Aborigine zu erklären, muss er erstmal etwas schnitzen, um sich durch das Handwerk klar zu machen, was er gleich an Gedanken formen muss. Das fand ich auch einen zutiefst faszinierenden Gedanken, weil ich ja immer mit den Händen auch arbeite und weiß, wie sehr das oft die Gedanken klären kann. Und das sind wirklich nur zwei der Gedankenanstöße. Er schreibt auch über Gewalt auf eine Weise, die mich zutiefst bestürzt und auch fasziniert hat. Dass er zum Beispiel sagt, eure Zivilisation hat Illusionen darüber, dass ihr das abstellen könnt, dass wir eine gewalttätige Spezies sind. Wir sind eine gewalttätige Spezies. Das heißt, wir müssen damit umgehen und wir dürfen nicht glauben, wir werden uns das abgewöhnen. Wir werden uns das nicht abgewöhnen. Und er sagt zum Beispiel, er findet es sehr interessant, dass unsere Zivilisation glaubt, dass Gewalttätigkeit männlich ist. In seiner Zivilisation schlagen Frauen sich ebenso oft wie Männer. Und dass das bei uns Männern zugeordnet würde, fände er sehr faszinierend und verstände nicht ganz, warum. Das fand ich auch zutiefst überraschend, denn da bin ich auch geprägt von meiner Kultur. Und ich glaube, man kann eigentlich nicht mehr von einem Buch erwarten, als dass es einen wirklich provoziert und herausfordert und einen wirklich einige Dinge einfach nicht als selbstverständlich denken lässt, sondern als das sind Gedanken meiner Zivilisation. Und das ist mir nie so bewusst geworden wie ihm mit diesem Buch. Und wann hast du es bekommen, weil du gesagt hast, im Geburtstag? Vor etlichen Jahren jetzt schon. Vor etlichen Jahren. Ich glaube, fünf oder sechs Jahren. Ich empfehle es seitdem ständig weiter. Und ich lese seitdem auch in diese Richtung. Das heißt, ich lese gerade Braiding Sweetgrass. Das ist ein Buch von dir, die das mit der Bucht erklärt hat. Ich versuche gerade einfach so ein Denken zu lesen, das mich herausfordert bis zutiefst. Also eigentlich unsere ganzen Selbstverständlichkeiten, wie wir leben, wer wir sind, was wir tun, komplett in Frage zu stellen. Was ja im Moment durchaus auch passiert. Ist das deine neue Tür? Ja, das ist die neue Tür. Ich glaube, die haben aber andere gerade ganz weit aufgemacht. Was da gerade an Geschlechterdebatte passiert, was an Black Lives Matter, was da passiert ist seitdem. Da wird ja profund in Frage gestellt. Was ich glaube, ich in meiner Lebenszeit noch nicht gesehen hatte. Auch das koloniale Denken, was das bei uns hinterlassen hat. Unsere Selbstverständlichkeit, uns doch immer noch für superior zu halten oder für überlegen. All das, da rüttel ich gerade so ein bisschen dran und ich bin ganz erschüttert, wie tief das geht und wie selbstverständlich viele Gedanken sind. Und ich versuche gerade einfach so ein bisschen daran zu kommen. Und manchmal verzweifelt man an der Aufgabe, weil es einfach so profund ist. Und mir passiert es dann auch wieder auf ganz andere Weise. Ich hatte vor kurzem eine junge Ornithologin zugesucht bei mir beim Projekt, die dann mir 51 Vogelarten auf meinem Hügel fand und mir dann immer nur sagte, ach, hast du gehört? Der Grünspecht. Ach, da macht der Staat doch wieder den Oriol nach. Da. Und dann saß ich da und war ein Analphabet in meiner eigenen Welt. Und ich glaube, da gibt es gerade ganz viele Türen, die wir aufmachen können oder die wir zugemacht haben, durch die wir mal wieder nach draußen gehen können. Du hast gerade, also wenn du sagst, die letzten Jahre auch die Tür Kalifornien mit Steinbeck, auch für dich, mein Stück weit wirst du verbunden bleiben, aber zurückgemacht und gesagt, du willst zurück nach Europa. Ja. Und da, du hast gerade ein Projekt erwähnt, ich würde auch darüber gern mehr wissen, also wenn du solche Bücher liest, ja, wo du eigentlich Zivilisationen, wer wir sind, in Grund auf in Frage stellst und da kannst du ja gleich nochmal mehr dazu erzählen, schaffst du ja auch einen Ort, wo du willst, dass Leute zusammenkommen und vielleicht zusammen sein, wer wir sind, wie wir agieren, was willst du da und wie viel hat das mit so einem Buch oder mit dieser Art, das Leben, Denken, Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen? Ich glaube, wahrscheinlich viel. Ich glaube, wenn man einmal gemerkt hat, ich glaube, da sind wir beiden uns vermutlich ähnlich, dass wir gerne wissen wollen, richtig? Dass wir immer auf der Suche nach der Wahrheit sind, nach der Wirklichkeit von Dingen und der Welt und die Bücher helfen uns dabei, aber manchmal haben wir vielleicht vergessen, dass die wirkliche Welt ja auch noch da ist und dass wir fast verlernt haben, die zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, zu benennen und das ist, glaube ich, ein Abenteuer, was zwar dann oft in Büchern anfängt, aber die Bücher erinnern uns eigentlich an die Welt, von der sie erzählen und ich habe in den letzten sieben Jahren ja fast nur noch Sachbücher gelesen, weil ich merkte, was ich alles nicht weiß. Also weg von Fantasy dann? Ja, ich lese nur Sachbücher. Ja, fast nur. Ich komme gerade mal wieder ab und zu zu Krimis zurück. Interessant, ja. Das heißt, ich finde es dann wunderbar aufregend, wenn ich über rebellische Pflanzen Pflanzen lese oder darüber, wie die ersten tropischen Pflanzen nach Europa kamen, weil ich jedes Mal wieder was über die Welt lerne, wo ich dachte, ich wüsste das oder plötzlich merkte, wusste ich gar nichts. Das Projekt, von dem du redest, mache ich jetzt seit etwa fünf Jahren. Das fing eigentlich damit an, dass ich gerne Freunde zu Besuch habe und dass die Freunde meist Künstler sind. Und irgendwann begriff ich, dass ich ganz gerne auch junge Künstler zu mir einladen würde, um ihnen einfach mal die Gelegenheit zu geben, fern von diesem kommerziellen Druck auf die Kunst, einfach das zu tun, was sie denken, was sie ausdrücken, machen, tun sollten, ihrer sehr wichtigen Aufgabe nachgehen. Ich habe inzwischen also ein Stipendium-Programm und ich übernehme die Reisekosten. Ich habe vier kleine Apartments in meinem Haus und ich kann sagen, das war wahrscheinlich eine der drei besten Ideen, die ich in meinem Leben hatte, weil mich das einfach auch so unendlich bereichert. und dass ich mir nicht mehr nur aus Büchern diese Horizonterweiterung dann hole, sondern ich habe zum Beispiel gerade die Herr Wien-Barim hier bei mir, eine junge syrische Schriftstellerin, die dann also über ihre Flucht, ihre Familie aus Aleppo erzählt. Und das ist was anderes, wenn man da mit jemandem sitzt, der in die Boote gestiegen ist und sich das auf die Art anhört oder über den Fußmarsch jahrelang durch Mazedonien und Griechenland, als wenn man das nur gelesen hat. Und nur, setze ich mal in Anführungsstriche, aber wir beide wissen, was ich meine. Oder ich habe gerade die Polina da gehabt, eine junge Ukrainerin, die die Ukraine schon lange verlassen hat, mir aber eben erzählt, was da alles an Kultur verloren ging. Aber jetzt erzähl doch nochmal von diesem, also du sagst, es steht immer wieder, aber du bist dann einfach zurück nach Italien. Ist das aber nicht der Ort, wo dein Mann herkam? Nein. Ich bin nicht zurück, ich bin vorwärts nach Italien. Ja, das stimmt. Zurück nach Europa, aber vorwärts nach Italien. Und in Italien hast du dir einfach ein Haus gesucht und gesagt, ich will da was. Ich habe das online gekauft. Ich hatte das schon. Das war ja, das war schon, ja. Also ich habe gedacht, ich suche mir ein Haus, wo es nicht so teuer ist wie in Kalifornien, weil ein Projekt wie das zu machen, in einem so teuren Landstrich, ist ja vollkommen absurd. die Dürre, die Trump-Politik und so weiter. Es wird wohl Zeit, in die alte Welt zurückzugehen und auch an einen Ort zu gehen, wo die Lebenshaltungskosten niedriger sind, wo mehr von dem Geld in das Projekt einfließt und ich ein neues Abenteuer habe. Weil wir alle wissen, wir können uns über eine Liebe nur hinwegtrüsten, indem wir eine neue Liebe finden. Und Kalifornien war eine große Liebe von mir. Italien, weil ich Italien spreche und die Sprache dann ja doch erst mal sehr wichtig ist. Italien auch, weil ich da noch nie gelebt hatte. Das einzige Mal, drei Monate mal in einem ligurischen Dorf und da ist Tintenherz rausgekommen. Erinnerung auch an meinen Mann, weil ich eben auch in Ligurien und in Venedig betreut war. Aber wirklich auch so neue Herausforderungen und das Gefühl, naja, also die Kunst ist ja allgegenwärtig in Italien. Das ist nicht der schlechteste Ort dafür. Ich habe ein altes Haus, das früher mal eine Alabasterwerkstatt war, gekauft, wo unten vier kleine Wohnungen sind. Das bot sich also für das Projekt an und da saß ich da. Und ich glaube, es überrascht mich immer noch und ich spreche da auch immer mit all meinen Gästen drüber, wie genau das passte. Also wenn ich das heute sehe, wie das mit Leben erfüllt ist jetzt nach zwei Jahren, und wie die Kunst da überall an den Wänden passiert und wie sehr das als Ort begriffen wird, der jetzt im Grunde fast so etwas wie eine Gegenwelt wird, je mehr der Rest der Welt den Verstand verliert, desto mehr denke ich, da hast du nicht mit angefangen, dass du dachtest, das wird mal so eine große Aufgabe, deine kleine Gegenwelt zu erschaffen. Aber weil wir das alle zusammentun, geht das dann ganz leicht. Und es geht eben doch. Und wieso geht das in einer kleinen Gemeinschaft? Wieso schaffen wir das nicht in der Völkergemeinschaft? Aber da war dann so ein Buch wie Sandtalk, der das alles in Frage stellt, natürlich für dich wahrscheinlich. Leute kommen und wie gehe ich anders damit um? Was biete ich anderes an? Und es hat auch deine Art zur Natur, also es ist ja auch eine unglaubliche Natur da. Ich glaube, das ist für dich auch nochmal, apropos Jane Goodall und unser Beginn, auch wirklich nochmal eine ganz neue Begegnung mit der Natur, von dieser Aborigines, mit ihrer Art, die Welt zu befragen. Ja, die wirkliche Welt zu sehen. Und ja, ich glaube, das Buch hat mir auf unheimliche Weise eben mit diesem einen Satz, mit der Apokalypse und dem Paradies, klar gemacht, dass wenn wir Welt sagen, wir fast immer eine menschlich erschaffene Welt meinen. Also ich jetzt gerade hier so, wenn man so durch die Gebäude geht, denkt man ja manchmal, man könnte die Welt außen ganz vollkommen vergessen. Und ich glaube, von der Illusion würde ich mich ganz gern befreien. Das ist aber interessant, was dann passiert. Und das sehe ich an all meinen Gästen. Wenn man sich dann plötzlich wieder wirklich der Welt aussetzt, aus der wir ja alle irgendwie kommen. Und dann hört man nachts das Töten. Und dann hört man, und dann sieht man plötzlich einen Wolf morgens, der hinter einem Rehkitz her geht. Und dann denkt man, jetzt weiß man wieder, warum wir uns vor der Welt auch mal versteckt haben. Und das ist deswegen ein durchaus zwiespältiger Weg. So wie du auch gerade sagtest, ich weiß auch noch nicht, was ich davon denke. Wollen wir nicht unsere Bücher? Wollen wir uns nicht doch zurückziehen? Wollen wir diese Sicherheit, die wir uns da gerade schaffen, nicht auch? Ich habe da keine Antwort drauf. Aber ich stelle mir die Frage jetzt sehr gern mit lauter jungen Menschen, die dann zu mir kommen und alle ihre Ideen und Antworten bringen. Und ich habe eben einmal sehr viele junge Deutsche, weil ich da halt herkomme. Italiener, weil ich da bin. Und ich habe ein Programm mit Lateinamerika, was auch immer wieder dann ein ganz anderes Denken reinbringt. Oder ja. Und ist das, ich würde sagen, dein Paradies, also wenn man so will, oder Apokalypse? ist das für dich auch eine Suche nach Antworten zu dieser Klimakrise und dass wir unsere Probleme nur lösen, indem wir mehr Probleme machen? Also Jane Goodall hat einmal gesagt, wenn sie einen schönen Wald sieht oder etwas Natur und dann kommt ein Supermarkt, dann betrauert sie den Supermarkt nur wenige Sekunden, weil sie denkt, bevor ich mich jetzt damit befasse, befasse ich mich mit der Natur, die noch da ist und die ich retten kann. Ja. Also ist das für dich auch so ein Versuch zu sagen, bevor ich weiter gucke, was kaputt ist, schaffe ich doch vielleicht mit meinen Mitteln eine Welt, die vorlebt, was noch zu retten ist. Geht es auch um was retten oder was Neues riskieren? Ich glaube, weil sie so weise ist, dass sie weiß, dass sie sonst auch in Verzweiflung erstickt. Nicht? Denn das habe ich oft, wenn Gäste kommen, dass die eigentlich alle so an der Kante der Verzweiflung viele sind. Gerade die Jungen heute. Ja. Mir hat mir eine gesagt, das ist, als wenn man uns eine zerbrochene Welt in die Hand gibt. Nicht? Und das ist ja auch so. Und ja, ich glaube auch. Ich glaube auch das Prinzip Hoffnung. Nicht? Aber ich bin ja auch befreundet mit Luisa Neubauer und die ist ja so die Inkarnation dessen, was man dann trotzdem alles an Hoffen und Licht in sich haben kann, was ich immer wieder beeindruckend und sehr inspirierend finde. Nicht? Denn das gerade so jung schon auch auf sich zu nehmen, was da an Feindseligkeit und an Hass passiert. Nicht? Und so ein Licht dagegen zu halten und zu sagen, wir können das aber doch. Wir könnten das doch schaffen. Oder wie eine andere Freundin, die Umweltaktivistin ist, die mal zu mir sagte, das ist dies, wir fahren dahin, wo wir hingucken. Nicht? Und wenn wir vor die Wand fahren, dann haben wir uns das selber jetzt ja schon tausendmal ausgemalt, dass wir das werden. Und das glaube ich gerade, dass ich das als Verantwortung habe, zu sagen, ich dachte mal, ich mache die Welt besser mit 25, als ich noch auf Demonstrationen ging und sonst was machte. Und jetzt guckt euch das hier an. Was kann ich jetzt noch tun, um dieses Versagen auch vielleicht doch noch nicht wettzumachen, aber zumindest doch was Kreatives dagegen zu setzen? Und diese Auseinandersetzung mit der natürlichen Welt und das Erinnern daran, das finde ich gerade sehr aufregend, sehr bereichernd, sehr bestürzend. Wir saßen vor kurzem alle beim Kaffee zusammen, ich glaube vier junge Illustratorinnen, und da saß eine Gottesanbeterin neben uns im Rosmarin und verspeiste eine strampelnde Stinkwanze. Und ich sah so all die Mädels, ist die die gerade? Oh Gott, die lebt ja noch. Und da waren all die Gefühle, die wir heute angesichts der natürlichen Welt haben, das Grauen davor. Welchen Schmerz wir da sehen? Im Moment sind wir denn jetzt die Wanze, oder sind wir die Gottesanbeterin? Und all das sah ich in den Gesichtern und in der Reaktion. Und ich habe gedacht, das ist unser einziger Weg. Wir müssen wieder hingucken. Und wir müssen aufhören, uns nur die Welt anzusehen, die wir selbst erschaffen haben. Wir müssen uns die andere angucken, denn sonst werden wir sie auch nicht beschützen, wenn wir sie nicht mehr kennen. Und willst du eigentlich, also gerade wegen der Jugend, da einen Ort haben, der ihnen zeigt, also wir werfen uns ja oft vor, oder den Älteren, ihr habt uns diese kaputte Welt gegeben, dann dabei zu sein, zu sagen, es ist nicht nur kaputt, wir bauen auf. Ja, wir können aufbauen, und ich glaube, mit ihnen zusammen geht das dann nicht. Also das Zusammen. Ich glaube, das ist für mich das. Und da lerne ich mehr als die alle und wir lernen miteinander. Und ich habe das sehr schön erlebt, als ich sagte, irgendwann so ein, ihr habt auch alle das Gefühl, das gehört jetzt uns, hier das Haus, oder? Und haben sie gesagt, ja. Ja. Und dass das passiert und möglich ist. Ich glaube, das brauchen wir im Moment alle so, dieses Gefühl, wir können irgendwo Hoffnung erschaffen, und dann hoffen, das ist Saat, die irgendwo aufgeht. Und dann eigentlich im Sinne deines Buches, diese Besitzen wollen, als ganz großes Ziel unserer Zeit, auflösen in einem Ort, wo alle das Gefühl haben, wir sind hier und es gehört uns allen. Ja. Wir müssen wieder an die Utopien glauben, oder? Ja. Denn wir scheinen das ja so, was von begraben zu haben. All unsere Träume, all unsere Hoffnungen, all dieses, wir könnten das vielleicht besser machen. Mir kommt das so vor, als wenn wir gerade in einer Zeit sind, wo wir nicht mal mehr diese Hoffnung, nicht mehr uns trauen, an diese Hoffnung zu glauben. Und das müssen wir. Ich glaube, solange ihr solche Dinge tut und solange du Bücher erträgst, die alle diese Hoffnungen in Frage stellen, haben wir eine Chance. Ja, Cornelia Funke, das war unsere Zeit. Ich danke dir sehr, dass du deine Bücher, dein Leben, deine Gedanken mit mir geteilt hast. Es war sehr schön und anregend, dich da zu haben. Danke fürs Kommen. Ich danke dir für das Gespräch. Danke schön. Danke, Kommandia. Reni. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020